Willkommen zurück zu einer neuen Folge Mist Survival. Wir wollen uns Wasser abkochen. Wir brauchen einmal Streichhölzer, Feuerholz und vier Baumrinde. Müssten wir eigentlich alles haben. Ähm, die Hälfte. Davon die Hälfte. Das haben wir. Feuerholz brauchen wir. Aha. Ach du Scheiße, wird doch schon wieder dunkel. Ähm. Scheiße. Gar nicht so lange hier draußen verweilen. Und einmal Streichhölzer. Die hat man hier irgendwo. Eins absplitten. Da. Und... Hallo? Äh, nee. Oh, das Wasser ist noch drinnen. Ähm. Ach nee, hier. Erstmal destillieren. Jo, das Wasser wird erstmal abgekocht. 100%. 100%. 100%. 100%. Sehr schön. 100%. 100%. 100%. Ja, das Fleisch ist vergammelt. Oh, das brauchen wir ja schon. Okay. Gut. Ja, nehme ich in Kauf. Ach, wir brauchen Munition und Waffen. Ähm. Was will ich hier mit so viel Waffen... Mit so viel Maschinen geränen. Ähm. Wir machen es jetzt erstmal ganz einfach. Wir überspringen jetzt erstmal wieder die Nächte. Also 18, 19, 20, 11, 12, 13, 24, 24, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Äh. Fünf Stunden nochmal bitte schlafen. Und direkt hier essen. Und auch das hier direkt essen. So. Ähm. Die Flaschen, die lassen wir jetzt erstmal hier. Das Messer auch. Wir merken uns ganz außen. Wir nehmen das Brecheisen mit. Und. Hier liegen schon wieder überall welche rum. Die dürfen wir nicht außer Acht lassen. Die immer schön looten. Der ist leer. Der ist leer. Der ist leer. Der ist... Warum sind die alle leer? Alter. Was ist los bei euch? Gebt mir doch mal bitte krassen Loot. Alter. Ja. Zwei Stück haben wir noch, wenn ich richtig sehe. Drei. So, ich überlege. Fahren wir jetzt mit dem Auto oder... Gehen wir zu Fuß. Ich würde aber sagen, wir fahren mit dem Auto. Sicher ist sicher. Sicher ist sicher. Sicher ist sicher. Ähm. Licht an. Au. Nicht so schnell. Ach. Äh. Fuck. Komme ich hier noch? Ja. Ja. Mein schönes anderes Auto. Voll Speed an denen vorbei, bitte. Und wir haben es geschafft. Ich hoffe nur, ich fahre mich nicht wieder irgendwo fest. Das wäre peinlich. Letzte Not, da hätten wir noch ein Auto gehabt. Ne. Diese Störgeräusche und alles. Diese... Ich weiß nicht. Bitte schreibt mir mal in die Kommentare, woran das liegen könnte. Also, so schlecht ist mein PC eigentlich gar nicht. Der müsste das Spiel locker schaffen, ohne Probleme. Ach, da waren ja die Möchtegern-Knallköpfe drinne, die an unser Fleisch wollen. Ja. Ja. Da haben wir den Baum mitgenommen. Sehr schön. Haben wir hier schon gelootet? Weiß das einer? Hier ist nur ein Stock. Keine Axt. Ich glaube, hier waren wir schon drinne. Ja. Äh. so. Stehen bleiben. Ausmachen. Raus. Hier haben wir ein Messer. Oh, ein Hammer. Hammer ist auch immer gut. Einmal was zu futtern. Oh, das ist ein Hochstand. Den werden wir auf jeden Fall looten. Und hier hinten gibt es auch Sachen. Oh. Was haben wir denn hier gefunden? Hier haben wir wieder ein Auto. Oh. 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 Gucken. Läuft keiner rum. Die Flasche nehmen wir mit. Stoff nehmen wir mit. Essen nehmen wir auch mit. Metallschrott sowieso. Daraus machen wir Eisen. Ist bei dem irgendwas drinnen? Nein. Schade. Da. Da läuft ein Hühnchen. Ich glaube, ich weiß, was ich demnächst mal mache. Ich werde hier zu Fuß hingehen und mir ein Hühnchen holen. Vorher aber noch so einen Hühnerstall bauen. Oh. Okay. Da unten war ein Anhänger. So. Hier hinten gibt es nichts, aber hier drinnen habe ich vorhin schon. Oh ja. Sehr schön. Danke. Danke. 9 Millimeter. Die, die wir ja natürlich nicht brauchen. So. Haben wir hier was drinnen. Wieder 9 Millimeter. Nochmal 9 Millimeter. Kriege ich auch mal eine 9 Millimeter Knarre? Mann, Mann, Mann. Aber das hier sieht doch mal recht interessant aus. Stamina, gehst du bitte weg. Ich muss mich ganz kurz für die, äh, Unterbrechung entschuldigen. Ich habe aus Versehen, ähm, Bild minimiert und da ist meine Aufnahme abgebrochen worden. Warte mal, das ist doch mein Auto. Ich will hier reingucken. Ne. Ähm, ja. Aber nicht so tragisch. Es ist nichts irgendwie verloren gegangen. Oder dergleichen. Ganz im Gegenteil. Es wird nicht mal ich. Ihr müsstet das, glaub ich, gar nicht mitkriegen. Also. Wenn ich jetzt das Video fertig geschnitten habe. Ja. Dann ab zum nächsten Hochstand. Da war ja noch einer. Mal gucken, ob wir da eine neue Waffe oder wenigstens Munition für unser, äh, für, ja, unser MG bekommen. Immer schön die Machete in der Hand halten. Von hier unten, von hier erkennt man aber auch nicht wirklich, ob noch irgendwas in der Nähe ist. Äh, ne. Ein Koffer. Ja, Schrotflinten-Munition. Schön. Und ich hab keine Schrotflinte. Noch mehr. Schön. Ich will eine Schrotflinte haben. Und hier kommen wir mit dem Auto auch nicht weiter. Also müssen wir wohl oder übel zurück. Ähm, wegpacken. Stamina. Verschwinde. Dass da unten verschwindet, bitte einmal. So, jetzt haben wir ein richtiges Thumbnail. Ja. Aber wir haben gesehen, wo es Hühnchen gibt. Und die werden wir uns auf jeden Fall noch holen. So, und einmal hier rum. Gucken, ob es hier hinten noch was gibt. Bitte von der Erhöhung runterfahren. Danke. Da oben scheint es weiter zu gehen. Äh. Hier waren wir doch schon. Oh, lol. Da hätte ich auch von der Seite mit dem Auto ranfahren können. Okay. Was soll mir mal einer sagen? Äh. Äh. Ja, wo jetzt so lang? Wir fahren einfach mal hier lang. Das da hinten müsste das Sägewerk sein, wenn mich nicht alles täuscht. Autsch. Ja, das ist das Sägewerk. Nee, hier ist was. Hä? Jetzt blick ich gar nicht mehr durch. Motor, aus. Waren wir hier schon? Ich weiß das gerade gar nicht, um ehrlich zu sein. Aber anscheinend waren wir hier schon. Ja. Ja, gut. Hattest du Benzin drinne? Nö. Gab's im Kackhaus irgendwas? Nö. Oh, Blatt. 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 Äh. Ja, da in die Richtung ist unser Haus. Und ich würde mal sagen, da werden wir auch wieder hinfahren, erstes Mal. Oh, hattest du noch irgendwas drinne? Nö. Oder wir fahren in der nächsten Runde, äh, in der nächsten Folge noch ein bisschen weiter. Und zwar nach dort. Ja, ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Lasst Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dann, bleibt uns spannend. Genieß den Tag und bye bye. Tschüss. 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 Tschüss.